Einen schönen guten Abend und der wird jetzt komplett mit der Abendschau und genauer mit Axel Walter und mit Eva-Maria Lembke. Schönen guten Abend. Lassen Sie sich von der Ruhe hier bei uns nicht täuschen, da draußen ist tatsächlich die Hölle los. Am Mittwoch, ja ach denken, darum soll es heute gehen bei uns. Ob jetzt wirklich alle noch ein Geschenk bekommen, ist aber in diesem Jahr ausnahmsweise mal nicht die wichtigste Frage. Gerade ist es eher die nach den Kinderlein, die da kommen und zwar um einiges früher nach Hause als erwartet. Schon am Mittwoch machen die Schulen zu und die Kitas eigentlich auch, aber sie sollen dann eben auch für Notbetreuung offenstehen. Ob und wann Not am Mann und an der Frau ist, ist dabei allerdings nicht so ganz klar. Fangen wir mal bei den ganz Kleinen an, denn für die ist auch sie zuständig, Bildungssenatorin Sandra Scheeres. Das Stärkere war da gerade die Rede im Bildungsausschuss und gemeint ist, dass eben der sich durchsetzt bei den Kitas für die Notbetreuung für sich eintritt, der eben einfach am lautesten ist oder gut mit der Kindergärtnerin kann. Das ist doch tatsächlich relativ ungerecht. Geben wird, auch zu Hause zu beschulen. Zu Hause zu beschulen bedeutet aber in vielen Fällen, wenn man das so im Umfeld hört, eben auch einfach ein Arbeitsblatt, das mitgegeben wird und nicht digitaler Unterricht. Genau, das wollen wir nicht. Was ja das Wichtigste wäre und dafür sind die Gegebenheiten einfach nicht da. Wir haben weder eine Liste mit Programmen, die funktionieren, noch die Serverkapazitäten, Breitbandanschlüsse an den Schulen oder Geräte für die Schüler. Was ist in den neuen Monaten, die diese Pandemie die Sorge, die uns auf die Straße treibt. Das klingt fast wie ein Weihnachtstriller und genauso unwirklich fühlt sich das alles gerade irgendwie an. Keine Zeit für Besinnlichkeit und bei den meisten, die man so fragt, immer noch keinen Schimmer, wie es denn jetzt eigentlich ablaufen soll, das Weihnachtsfest im Kreise der Familie. Heute ganz aktuell kommt nun die genaue Regelung vom Senat und jetzt am besten Zettel und Stift holen. Es wird ein bisschen wendungsreich. Also wenn Sie und eine Meldung erreichte uns noch, es wird ab Mittwoch in Berlin Ausgangssperren geben. Das war heute aus Senatskreisen zu hören. Wohnungen dürfen dann nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden. Was das genau heißt und wie hoch die Bußgelder sind, das wurde heute nicht bekannt. Das werden wir wahrscheinlich morgen dann besprechen und jetzt erstmal die Nachrichten des Tages. Unser Adventskalender ist einer, der zurückblickt. Wir treffen diejenigen nochmal, die unsere Reporter besonders beeindruckt haben in diesem Jahr und heute ist das durchaus zukunftsweisend. Denn hey, hier kommt Alex. Der zeigt, wie man auch bei geschlossener Ladentür den Kundenkontakt hält. Jetzt gucken wir mal aufs Wetter in der Nacht. Es ist auch mal stark bewirkt bei 4 bis 1 Grad. So startet auch der Tag morgen. Erstmal wolkig, aber am Mittag wird es dann freundlicher bei bis zu 8 Grad und die Aussichten. Mittwoch weniger klar, aber mit 9 Grad sehr mild. Donnerstag auch mal regnerisch. 8 Grad und noch ein Grad runter geht es am Freitag, der ebenfalls wolkig ausfällt. Und jetzt? Ja Eva, das war's von uns. Wir sagen auf Wiedersehen. Und gleich gibt's die Tagesschau zum letzten Mal mit Jan Hofer. Kleiner Programmtipp von uns. Schönen Abend noch. Bis morgen.